Sportlich, sportlich! Rosenheim-Cops-Darstellerin Marisa Burger macht am Strand eine gute Figur und das kopfüber. Die Schauspielerin postet ein Foto von sich auf Instagram, auf dem sie sich im Handstand am Strand zeigt. Von ihrem Gesicht ist dank der quietschgelben Regenjacke nicht viel zu sehen. Umso besser kommen jedoch ihre durchtrainierten Beine in der kurzen Jeans zur Geltung. In der Caption dazu heißt es nur lässig Respekt von uns jedenfalls! Immerhin wird Marisa Burger bald 49. Das muss ihr erstmal jemand nachmachen. Die Miriam-Stockl-Darstellerin hält sich aber auch fit. Laut eigener Aussage gegenüber der Gala läuft sie, macht Yoga, geht schwimmen, ins Fitnessstudio und im Winter Skifahren. Da ist es kein Wunder, dass ihre Beine so beneidenswert aussehen. Sehr sportlich, heißt es da auch in den Kommentaren. Das nenne ich ja mal ein außergewöhnlich ästhetisches Strandgut, witzelte ein anderer Follower. Die Schauspielerin scheint bei ihrem Nordfriesland-Wochenende auf jeden Fall ihren Spaß gehabt zu haben. Mal sehen, welche akrobatischen Einlagen sie als nächstes postet. Musik Musik ! Musik 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 Musik